Das, was mich wirklich ausfällt, ist eben, den Film zu machen. Weil dir was gelingt, weil du dir vielleicht in einer kreativen Phase denkst, so wurde das Gericht noch nie zusammengestellt. Ich habe als kleiner Bub schon im Chor gesungen und war wahnsinnig fasziniert von dem Klang, der um einen rum ist. Wir lieben alle ja dasselbe, die Schauspielereien, Filme und so. Das macht einen unglaublichen Spaß. Meet Your Master. Wir bei Fantastic Movies zeigen euch ja auch immer wieder die Stars und reden mit ihnen über persönliche Dinge. Aber jetzt gibt es die Plattform Meet Your Master. Und da lernt ihr die Stars dann nochmal richtig kennen. Sie erzählen von ihren Leidenschaften und von ihrer Kunst, ob es jetzt Kochen oder Schauspiel ist. Wie macht man sowas? Wie lernt man sowas? Ich kann euch den Zug zeigen und zum Zug begleiten. Einsteigen, losfahren und ankommen, das müsst ihr selber. Aber das ist schon viel wert, da hinzukommen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr anfangt jetzt zum Beispiel mit der Schauspielerei, was für viele Fehler man machen kann am Filmset zum Beispiel oder auch im Theater, die man alle umgehen kann, wenn man weiß, wie es geht. Das eine ist Talent und das andere ist Leidenschaft, die dann kommt, weil dir was gelingt, weil du dir vielleicht in einer kreativen Phase denkst, so wurde das Gericht noch nie zusammengestellt. Und wenn du dich medizinisch dann ein bisschen interessierst, dann denkst du, aha, wenn ich das, mit dem zusammenpaare, dann kommt noch mehr für den Körper raus, ohne dass der Endverbraucher das weiß, aber er fühlt sich wohl und denkst, wenn ich bei dem beim Essen bin, dann geht es mir immer gut. Das geht bei den Fetten los, das geht beim Produkt los, das geht bei der Wertigkeit los und endet in der Leidenschaft. Es geht auch und vor allem natürlich um das Technische, es geht um Singen, aber es geht auch um die vielen Fragen, die rundherum passieren. Was ist, wenn ich erkältet bin? Darf ich dann singen? Soll ich dann singen? Wie schaffe ich es, dass ich nicht erkältet bin? Wie schaffe ich es, dass ich nicht müde bin stimmlich? Auch wenn ich gesund bin, aber halt zu viel gesungen habe, wie kann man ökonomisch mit seiner Stimme umgehen? Ich erzähle viele Anekdoten, viele lustige Geschichten, auch ein paar bewegende und vor allen Dingen erzähle ich eben über die verschiedenen Aspekte des Firmemachens, von der Filmfinanzierung angefangen, über die Bildgestaltung, über das Setdesign, über Kostüme, über Fahrer, über Schauspieler, wie sie sich auf eine Rolle vorbereiten und so weiter und so fort. Wer wirklich brennt für etwas, wer eine Leidenschaft hat und spürt, ich muss das jetzt einfach mal machen, der muss das tun, egal wie unwahrscheinlich es ist, dass er Erfolg hat, weil am Ende des Tages sage ich immer, du kannst ja nur gewinnen. Entweder im schönsten Fall, du hast Erfolg, dann ist es fantastisch, oder du hast keinen Erfolg, aber dann weißt du das auch und musst nicht zeitlebens darüber nachdenken, was wäre denn gewesen, wenn ich das gemacht hätte und sich mit deinem zweitklassigen, in Anführungszeichen, Beruf rumärgern. Das darf nicht passieren. Ich denke mal, du hörst dir das an und lernst eine Menge. Und das, was du für dich rausziehen kannst, nimmst du mit und womit du nichts anfangen lässt, das lässt du eben weg. Aber ich denke mal, wenn du Opernsänger werden willst und fünf Stunden dir das anhörst, was der Gute da erzählt, ich glaube, da kannst du eine Menge von lernen. Jeder hat seine Fantasie, jeder hat seine Streuung und macht sich sein eigenes Bild daraus. Und manchmal muss man das nicht in seinem Beruf sehen, sondern man kann das in irgendeinem Beruf sehen und mir sagen, das kreuzt sich genau mit meinen Gedanken, aber da müsste ich noch ein bisschen arbeiten. Das hat mir jetzt gut gefallen, was der gesagt hat. Und wenn ich dann nur jeden Tag ein bisschen was da mache und ein bisschen was da mache, bin ich auf einmal, dass ich mit dem Klöscher höre, was da jetzt rausgekommen ist. Der Anspruch ist, dass wir es schaffen, vielen Menschen das Lernen leicht zu machen, indem wir ihnen Freude dabei vermitteln. Das ist unser Ziel. Wir möchten, dass viele Menschen eigentlich das, was sie wollen, nämlich etwas lernen, dass sie es auch machen, dass sie auch etwas lernen. Wir haben gesehen, ohne eigene Leidenschaft geht natürlich nichts. Darum den Kurs mal ausprobieren. Ich werde es gleich mal machen. Ich werde es gleich mal machen. ibli